17.000 Gemüse, 2.000 Kohle. Vielleicht kann ich das mal wieder sperren. Richtig, gut. Klamotten haben wir auch genügend. Also das ist jetzt alles super. Das einzige, was man halt noch machen könnte, wäre halt dann hier noch irgendwie Wachtürme platzieren. Das hätte ich aber schon mal eher machen sollen. Ich habe jetzt das Gefühl, wie cool die eigentlich sind. Da muss ich dann die Jäger sparen. Hier einfach ein Wachturm hin, hier ein Wachturm hin. Hier noch irgendwie. Und dann werden automatische Tiere getötet und die Leute müssen das nur noch abholen. Was ein immenser Vorteil ist. Können wir halt machen, hm? Richtig nice. So, Bergfeed seid ihr fertig mit Forschung. Das ist ein Ide. Ich grade das jetzt ab. Ab geht's. So, dann können wir die hier wieder rausnehmen. Mal sehen, aber ich denke mal, Keep 3 wird die höchste Stufe sein. Bisher war Stufe 3 immer das höchste. So, hier nehmen wir alle raus. Steine brauchen wir, Erz brauchen wir, Lehm brauchen wir. Holz haben wir genügend da, aktuell, so wie ich das richtig sehe. Wir gucken mal, hier haben wir... Ah ne, hier kommt auch ein bisschen Holz gebraucht. Ah, das kann ich einfach rübertransportieren. Schnupp. Wir müssen da mal noch Esel wieder reinhauen. Das machen wir eben noch schnell. Okay, Sekunde. So, gucken wir uns nochmal. Die Hälfte hier rumsiedeln. Hier hin. Das hat, glaub ich, funktioniert, ne? So, gut. Äh, wo ist denn die Holzrude? Hier. Ah ne, das ist doch... Ich glaub, es hat doch rum. Äh, ich weiß es nicht. So, jetzt läuft's auf jeden Fall. Warte mal, hier haben wir 1, 2, 3. Das heißt, hier brauchen wir noch einen dritten. Wird... Wie viele Routen hab ich denn hier? 1, 2... So, hier, passt das. Lederroute können wir auch stoppen. Gamottenroute lasse ich aktiv. Wolle können wir wieder starten. So, okay, haut's hin. Alles klar, Leute. So, dann wird's erstmal wieder einen Pitch geben. Wir bauen das jetzt hier alles schön aus. Ich werde jetzt sogar... Ihr wisst ja was, wir nehmen wir hier noch ein paar wieder raus. Wir brauchen jetzt viele Bauarbeiter. Steine haben wir eigentlich auch erstmal genügend. Machen wir Steine auch mal nur 12. Erz brauchen wir vor allem auch ein bisschen. Machen wir erst mal nur 10. Und der Rest baut jetzt. So, ein bisschen Holz werden können wir trotzdem immer noch. So, gut, Leute, jetzt gibt's irgendwie einen Pitch. Ich werde, denke ich, auch gleich das... Ich geh mal noch in Auftrag, dass die das hier auch alles upgraden. Mal sehen, wie das dann aussieht. Auf jeden Fall, der... Wenn nur der Eingang groß ist, würde das doof aussehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was, wie machen wir da im Pitch jetzt mehr zu sehen? Alles klar. Dann geht ab. Ich bin ein paar Mal, ja. Doch, das ist etwas. Ich bin mir ziemlich sicher. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Also das mit der Insel und so finde ich richtig cool. Also ich habe jetzt schon einige Karten gespielt. Ich habe auch nebenher so ein bisschen was gebaut und so. Weil ich da auch nie so weit dann gezockt habe, weil ich immer fand, dass im Let's Play das irgendwie am besten aussah. Keine Ahnung. Und das liegt wahrscheinlich auch mit an der Karte einfach. Mit der Insel und so. Das ist super. Super, super gut. Ja, und da sitzt ja der Programm, worum geht es halt auch mega cool. Finde ich zumindest. Und jetzt hier zum Beispiel, auch wenn das jetzt hier die Anhöhe ist, ist die Burg mal immer noch deutlich höher. Es ist nicht mehr ganz so leicht zu raiden auf jeden Fall, auch wenn die jetzt hier vom Dorfinneren kommen würden plötzlich. Ach ja. Jetzt rollt mich auf jeden Fall. Machen wir hier mal ein Herzkümmer gebrauchen. Oh, das ist ja voll billig, sehe ich gerade. Häftig. So, es langt echt bloß gerade. Da können wir uns das Ganze nochmal angucken ohne Schnee. Hühner haben wir jetzt auch bis zum Ende durchgehalten. Das ist doch mal eine feine Sache. Und hier haben wir angefangen. Hier waren, genau an dieser Stelle waren drei Hütten gewesen. Und jetzt hier, wo diese Statue ist, die ich immer noch mega creepy finde wegen Dr. Who. Gibt mir Angst zu blinzeln. Äh, hier waren die Scheune gewesen und das Lager hier an der Stelle ungefähr. Sieht eigentlich gar nicht so uncool aus, so finde ich jetzt hier die Stelle. Gefällt mir echt ganz gut. Yo, wir haben bloß gerade. Schnupp. Na ja, merkt ihr, ich verabschiede mich gerade schon von dem Projekt jetzt hier. Aber ein bisschen wehmüdig. Was halt wirklich mega viel Spaß gemacht hat. Aber ich habe ja immer so die Prämisse, bei Let's Placement soll aufhören, wenn es am besten ist. Und ich denke, das ist eine gute, gute Stelle dafür. Vielleicht hätte man auch schon ein bisschen eher aufhören können. Ich weiß es nicht, aber ich hatte dann einfach gut, dann weiter zu zocken. Und ich wollte dann unbedingt auch irgendwie die Burg dann abschließen. Auch jetzt hier im Dunkeln. Ey, das sieht doch mal mega stylisch aus. Mega cool. Von oben und so. So, es wird ja noch mal hell werden, ganz kurz. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Einziges Kleidung wird langsam sehr knapp vielleicht. Könnte man noch eine Schneiderei bauen. Wir haben 5000 Wolle, 5000 Flachs, 2000 Leder. Da könnte man easy noch ein bisschen produzieren. Ich verstehe auch gerade gar nicht, warum die hier pennen. Also warum die nichts machen. Leder ist da. Wolle ist nicht da. Weil die ja nicht hinterherkommen. Alles klar, gut, das Problem ist, dass sich leicht lösen. Deswegen kommen wir auch gerade nicht an Wolle. Äh, an warme Kleidung. So, gut. Jetzt haben wir jetzt mal ein bisschen schöneres Wetter. Muss eigentlich auch gleich aufhören zu regnen. Bin ich wirklich ein bisschen wehmüdig. Also. Ich kann es nur mal betonen. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es euch auch gefetzt hat. Also wer jetzt noch dabei ist. Äh, großes Kino. Freut mich. Ich habe mir auch trotzdem sehr viel Mühe auch gegeben. Das mit dem Pitchen und so. Muss halt überlegen. Ja, 66. Ich weiß nicht, wie lange ein Jahr ungefähr ist. Selbst wenn man es mit zehnfach durchlaufen lässt. Aber es ist einiges. Vielleicht so 20 Minuten, halbe Stunde. Halbe Stunde vielleicht. Weiß es nicht. Also ich habe bestimmt. Ich weiß es nicht. Also. Wir gehen mal davon aus. Es sind jetzt irgendwie 40 Folgen. Ich weiß nicht, ob es so viel wären. Keine Ahnung. Eine Folge ging 20 Minuten. Kann man ja ausrechnen. Und da muss man bedenken, dass ich da ja super viel gepitcht habe. Und Pitchen heißt ja dann immer. Es läuft. Also ich habe immer geswitcht. Manchmal war es neunmal schneller dann. Also neunmal zehn. Also neunzigmal schneller. Manchmal habe ich auch 16fach gemacht. Wenn das zu lange war. Das heißt, dann war es zehnmal 16. Also 160 mal schneller. Und ähm. Sehr, 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 sehr viele Stunden. Ein sehr, sehr langes Projekt gewesen eigentlich. Was für euch dann natürlich ein bisschen verkürzter war. Durch die Pitches. Aber es hat Spaß gemacht. Und auch immer. Es war ganz angenehm. Auch mal nicht zu quatschen. Mir einfach anzugucken. Beseinzustellen. Ich fand so gut, dass das von euch gut aufgenommen wurde. Mit den Pitchen und so. Ah. Okay. So Leute. Ja, irgendwie regnet es schon wieder. Kann ich dir das mal nicht ändern. Also die Eisenmine ist auffällig. Das ist super. Und zwar auch eine gute Entscheidung hier mit den Fischzuchtdingern. Sonst würden wir mit der Nahrung nicht so gut klarkommen. Das sind jedes Jahr so 4000 Fisch. Und dafür machen wir jetzt. Deswegen machen wir jetzt bloß quasi. Ja. Alles klar, Leute. Ich weiß nicht genau, wann die Folge rauskommt. Ich überlege gerade, ob die vor Silvester kommt. Ich denke mal, ja. Also knapp. Ich denke mal, ja. Und dementsprechend, die das jetzt hier gucken. Und vielleicht, weiß ich nicht. Ich denke mal, gerade parallel wird es eine Aggregation laufen dann. Die das nicht schauen sollen. Oder so. Und das heißt, man hört sich vielleicht jetzt das letzte Mal an diesem Jahr. Wünsche ich auf jeden Fall einen guten Rutsch. Allgemein wünsche ich einfach einen guten Rutsch. Ins neue Jahr. Ich hoffe, dass die Folge vor Silvester kommt. Ich kann das gerade echt nicht abschätzen. Weil ich jetzt sehr viel aufgenommen habe. Und das jetzt erst mal produzieren muss. Erst mal alles. Und ich keine Ahnung, wie viele Folgen das sind. Und, ja. Ich hoffe trotzdem, würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Projekt dann wiedersehen. Es ist halt echt regnen, muss ich jetzt. Es hat ja gar nicht erklärt, aber es ist halt jetzt so. Machen wir nochmal so hier den Shot. So, Leute. Alles klar. Dann, haut rein. Tschüssi. Und jetzt ein Blitz. Burg weg.